Hallo ihr zwei. Na Tina, freust du dich auf Sommerfest? Und wie? Sie ist schon ganz aufgeregt. Du, ich hab hier was Schickes. Das leih ich dir. Mensch, klasse. Danke Tante Ulla. Oh, verflixt. Da ist ja noch ein Schatten. Das ist doch deine Hand? Ah ah, das ist ein Schmutzschatten. Und der bleibt. Wieso? Ja, bei niedrigen Temperaturen gibt mein Waschmittel manchmal auf. Dann brauchst du eben Ariel. Das geht nicht auf. Ariel gibt nicht auf, selbst bei niedrigen Temperaturen. Es bleibt aktiv. Ihre Wäsche wird porentief rein. Ohne den kleinsten Schatten. Schau Tina, nichts mehr zu sehen von dem Schmutzschatten. Spitze, probier ich gleich mal. Na, was sagt ihr jetzt? Ich seh schon, da stellst du heute Abend alles in den Schatten. Porentiefe Reinheit ohne den kleinsten Schatten mit dem konzentrierten Ariel.